Ihr habt immer wieder Trauermücken und Pilze in eurer Erde, dann versucht die mal zu backen. Dafür nehme ich mir ein Backpapier, lege das auf mein Backblech drauf und dann nehme ich mir genauso viel Erde, wie ich zum Umtopfen brauche und verteile das auf meinem Blech. Dann gehe ich da noch mit ein bisschen Wasser drüber. Es ist wichtig, dass die Erde ein bisschen feucht ist. Und jetzt wird die bei 120 bis 150 Grad ungefähr eine halbe Stunde gebacken und ist dann frei von Pilzsporen und Trauermücken-Eiern.